Die beiden Vorsitzenden waren bei uns im Rathaus und wir hatten natürlich erst große Sorge, mit welchem Thema sie denn diesmal sozusagen um die Ecke kommen. Und tatsächlich war dann der Vorschlag, dass die beiden großen Hammer-Fußballvereine fusionieren. Und das hat uns natürlich schon ein Stück weit im Positiven weggehauen. Zunächst war ich natürlich still, wie jetzt auch gerade, und überrascht, fand aber das Angebot ganz toll, zumal das tolle Perspektiven geben wird und das ja auch einen Anstoß gibt, um miteinander zu reden. Was das Valerian angeht und die Hammer-Spielvereinigung angeht, wir haben ja immer guten Kontakt gehabt, immer guten Draht gehabt miteinander. Die Gespräche, die wir so geführt haben zwischen den Vorständen, waren immer sehr harmonisch, sodass ich den Eindruck hatte, dass jetzt, wenn ein Dritter den Anschluss gibt, die beiden Vorstände sich aufeinander zubewegt haben und wir das sehr konstruktiv durchgeführt haben und mit einem, wie ich finde, sehr erfolgreichen Abschluss gekrönt haben. Absolut, da stehe ich voll hinter Ihnen und auch hinter Herrn Gräf. Das macht Sinn. Für uns ist es natürlich optimal, dass dann auch ein Stadion in Riener nicht steht oder zumindest verkehrskünstig an der A2-Abfahrt gelegen. Und ich denke einfach, Umdenken unserer Mitglieder wird wahrscheinlich gar nicht so schwierig sein, sondern eher das Umdenken der HSV, die natürlich aus dem Hammer-Osten dann nach Riener ziehen müssen. Das werden wir sicherlich tun, indem wir Einzelgespräche führen werden. Aber wir werden natürlich vor allem die Abteilungsleitungen im Fußball ansprechen, dass die in ihren Abteilungen dafür Sorge tragen, dass wir mit großem Strom und mit großer positiver Mitgliederbefragung das Ganze angehen können. Das wird auch sicherlich passieren. Nein, ich denke auch auf finanzielle Art werden wir dann hoffentlich ganz gesund und könnten natürlich dann auch anstreben, die nächste Liga und vielleicht auch die übernächste Liga mal ins Visier zu nehmen. Wir werden also sicherlich die nächste Liga anpeilen und was sich danach ergibt, das kann man jetzt nicht vorherschauen, aber sportlich anspruchsvoll wollen wir schon spielen. Nun, in dem Moment, wo der fusionierte Hammer-Fußballklub dann spätestens in der Bundesliga oder sogar im internationalen Wettbewerb tätig ist, glaube ich, muss man keine 40 Kilometer mehr bis Dortmund fahren und auch keine 60 bis Schalke und kann das alles hier zu Hause wunderbar erleben. Was ist das?